willkommen zurück zu bad girl eine familienangelegenheit der polizist hat gesagt der jogger hat eine falle für uns dann gehe ich mal davon aus dass wir uns dem finale nähern was natürlich sehr schade wäre da ist doch eigentlich bock macht das zu spielen na kommt hier auf ja nice wirklich nice müssen wir hin darauf ja was war das ein schlechter scherz aber ein schlechter schenke auf lager heute macht er seinen letzten der joker befindet sich im hauptzelt ich hab dir seine position übertragen ja rette commissioner gordon so wie darf die andere seite von hinten kommen sie alle wieder wo ist denn robin schon wieder der hätte die doch alle schon mal ausschalten können was das alle platt gut jungs das war wohl nix folge robins signal ja gut hier geht es nicht drüber da geht es hoch bestimmt auch nicht doch da du So, jetzt sind die Falle Was war das? Es kam aus dem Hauptzelt, beeil dich wahr Da haben wir das große Nichts Vielleicht obenrum? Nö Das haben wir einfach mal Ja, da lang Und rein nehme ich mal an Genau, damit wir da vorbeikommen So, das wagen Nein 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 Ah, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin Schaffe ich das diesmal? Nein Na, so, jetzt schauen wir nochmal Ja, das hat sie ja auch an Start, damit kommen wir rüber Na, wo lang Kannst du mich oben Was machst du hier? Ich hab da meine Tricks Ach, da steht er Du hast deine Tricks, na komm Dann geh ich vor Ich heiße Sie alle willkommen zu Jokers Hauptveranstaltung Die heutige Sondervorstellung Die fantastischen Tode der maskierten Weltverbesserer Treten Sie ein Entspannen Sie sich Viel Spaß Oh, ist das Harley Quinn da hinten Ja, das ist Harley Quinn Nur die macht solche Sprüche Ja, komm Das schon relax Um Auss Ich protegge Was konnte ich den Twoje Um Was The The Ich eder Ich 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 Oh Komm Hau sie Ja komm Harley du kriegst es jetzt Komm kräftig rein Das war's Das war's Das war der Bosskampf Das war Jogors Falle Zurück Der Sidekick ist rot Was würde Batman tun? Ja Es war ein Spass Du bist die nächste Kindchen Der 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 Und Schätze, manches liegt in der Familie. Was ist das? Ehrlich? Das war das Finale? Das war der Bossfight? Joker ist abgehauen, Richtung Gotham. Und Gordon hat seine eigene Tochter nicht erkannt. Ist noch was da? Ne. Scheint das gewesen zu sein. Schade, ich habe gedacht, das wäre noch ein bisschen länger. Ähm. Ja. 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 Da können wir nur noch ein bisschen hier rumfliegen. Ansonsten. Jetzt haben wir die soweit durch. Harley Quinn, Red Hood. Und jetzt auch Bad Girl. Ja, im Ganzen alles zu kurz. Weil es macht unheimlich Spaß, das zu spielen. Auch mit Bad Girl macht es unheimlich Spaß. Hat mir gefallen, aber ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen. halt. Ähm. Tja. Tja. Gut. Dann war es das auch gewesen. Alles was jetzt das Batman Universum zum Arkham Knight Spiel angeht. Ja. Na gut. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und sage Servus und macht's gut.